Wieder nur ein Unentschieden, das sechste, für den HSV. 1,1 gegen Düsseldorf. Die Fortunen spielten 67 Minuten vor den Augen von Friedhelm Funkeln, Alton, Martin Harnik und Paulis Spitzenreiter, Trainer Timo Schulz in Unterzahl. Gleich der erst ordentliche Angriff des HSV ist erfolgreich. 19. Minute, eine Flanke von Kittel boxiert Platzlaum gegen Spieler Nedelkuh und versenkt die Kugel aus 13 Metern mit links zum 1,0 ins Netz. Dann wird's fies. In der 23. Minute tritt Ripley Bolt im Mittelfeld an der Seitenauslinie um. Schiri Dinger zeigt gelb und wird von Video-Assistent Pascal Mülle aufgefordert, sich die Szene am Bildschirm anzugucken. Er braucht keine 10 Sekunden, um Düsseldorfs Mittelfeld Mann vom Platz zu schmeißen. Video, rot für Brutalo, faul. Die Fortuna den Rest der Spielzeit mit 10 Spielern. Der HSV ständig im Vorwärtsgang, versiebt er bei Chancen durch Kittel, 32, Meissner, 45, 3, Glatzel, 52, und Meissner, 55. Die Fortuna hat ein ganz dickes Ding. 59. Minute, Naray sprintet allein aufs HSV, Tor zu, will Hennings Blank vorm Tor anspielen. Aber Meffert grätscht ihm in Höchsttempo den Ball vorm Fuß. Der HSV ist katastrophal in der Abwehr organisiert und wird bestraft. 71. Minute, Bozenig, den der HSV im Januar 2020 auch mal haben wollte, macht das 1,1 Nachhaken. Zuspiel von Klaus. Bozenig-Klaus, beide waren gerade mal eine Minute im Spiel.